Kulichers Todesfangen auch nicht ganz aber Eier die Jungen das muss wenig Spaß haben ja aber wir sind das wird Mike ab wieder für Geräusche von sich gibt da weiß man niemand der das wirklich macht das wollen wir genauso Kommen Moonwalk wuuu passt Nein das ist der falsche Oh ich hab kein Eis mehr Schuhe ich jetzt drum Kommen Moonwalk Jo Obwohl Eisloch kann ich auch jemals recht Warte lass das doch erstmal Hauptsache erstmal runter Nein 3 Spuren Jaa kann wir ja nachher machen erstmal will ich jetzt hier wenn ich runter kommen gut ich weiß nicht wie tief du geplant hast lass erstmal Jaa Gott weil wir sind gleich bei 560 Jaa muss erstmal gucken wie tief wir jetzt sind Kann auch ein bisschen vertragen Geh sonnt halt Geh sonnt halt? Ja irgendjemand hat grad niesen müssen Bei dir oder? Ne bei dir Irgendwie grad so hat's geklungen Ich mach und Dann mach ich oben Runter 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 Wir müssen wieder ein bisschen runter oder? Oh Gott oh Gott Jetzt wird mal ein bisschen Warte damit man sich langweilig ist Jaa GT5 hat fast von der Blazy geschrottet Scheißspiel Ich sag dir immer wieder GT5 für Scheiße Kommt dem Hype überhaupt nicht gerecht allein schon weil die Story viel zu kurz ist und von Multiplayer brauchen wir gar nicht jetzt anzufahren Jaa Jaa Machst du denn da Minecraft? Da kommt Wasser Mhm Stopp Das dürfte passen Jetzt sind wir auf jeden Fall tiefer als wir da als ich die Höhle in Corruption erforscht hab und ich war schon ganz tief Einer muss unten machen Ja 712 Einer muss was machen? Einer muss unten machen weil da nichts passiert ist gerade Jaa 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 Opa sein! Ich komm auf mich drum. Was ist denn das denn? Hm? Kumpelmänner oder was? Nein, Wikinger. Zombie-Wikinger. Ja, sehr rutschig, der Schell ist. Das ist doch geil. Wollen wir später vorab, wenn du dann noch die Turboschur hast? Die ich nun mal nicht hab. Später. Ich hab sie auch noch nicht. Es gibt sie ja nur zweimal. Nein. Ja. Vorsicht. Ja. Kommt da drunter. Wir wollten da mal wieder einen Block hin. Ich? Warum? Ja. Ja, weil... Ja, das hat Axt nö. Wer nicht. Da geht's hier runter. Ich glaub, diesmal wollte ich nicht so tief erkunden. Im Gegensatz zu euch hab ich gar nicht in deinem Glas. Ich kann man trotzdem nicht abbremsen. Ich hab auch keinen Doppelsprung. Hahaha. W-. Ha-hoho. W-. Ha-ha-ha. W-. W- 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 Ja. Weiter nach Westen. Der Kaktus befiehlt. Klar, warum nicht? Warte! Hat mich ganz schön fertig gemacht, das Stückchen dann. Tja. Ich dachte ich. Tja. Ölne voraus. Boah. Natürlich gleich hier volles Risiko. Du musst ja nicht springen. Was ist hier denn nur, wenn du springst? Siehste? Warte mal, ich hab's nicht gesehen. Wird die Leiche eingemauert. Ja. Schluss mit Wasserfall. Gibt es hier nicht. Äh. Menro. Aufpassen. Da kommen wir unten durch. Der Eisblock, der wird 50.000 Tonnen Druck standhalten. Der wird das Ozean auf sich tragen. Da. 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 Wie sind wir denn hier überhaupt? Ja. Ich glaube gerade ein Schneemann gelaufen. Nein. Nein. Tu nicht. Was ist denn los? Krummelbär. Was ist denn los, Krummelbär? Du bist. Da. Du bist. Da. Du bist. Du bist. Vielen Dank.